Böse Geister, Dämonenfratzen, Unterweltkobolte, Monster, Teufel, Vampire. Gibt das sowas wirklich oder entspringen diese Gestalten nur der Angst und der Unwissenheit und vor allem dem Aberglauben? Was sind denn eigentlich böse Geister? Da muss man direkt fragen, was ist denn böse und was sind Geister? Lass uns das mal zusammen machen. Was böse ist, ist ja eine rein philosophische bzw. eine moralische Frage bzw. Bewertung. Das bedeutet konkret, die Idee, dass etwas böse sein kann oder böse ist, kommt aus den menschlichen Geistern. Es gibt kein Böses per se. In der Natur gibt es zum Beispiel gar kein Gut und Böse. Da ist keiner, der sagt, das ist böse und das bewertet als grundlegend etwas Schlechtes sozusagen. In der freien Natur geht jedes Lebewesen einfach so seiner Natur nach, ganz ohne moralische Wertung. Jedes Lebewesen möchte einfach leben, sich gut fühlen, sich in Sicherheit wiegen, Anregung und Entspannung haben und sich fortpflanzen. Aber, wir wissen alle, die menschliche Natur ist ja so stetige Weiterentwicklung, das über sich selbst hinauswachsen quasi und das Gestalten, also das Verändern und das aktive Eingreifen in seine Umwelt. Und das macht der Mensch zurzeit nicht in Einklang mit seiner Umwelt, das wissen wir auch, und auch nicht in Einklang mit sich selbst, die meisten auf jeden Fall nicht. Und deswegen ist hier eine große Disharmonie. Und der Mensch ist dann auch irgendwann auf die Idee gekommen, etwas, was auch immer, scheinbar rein willkürlich, etwas als grundlegend böse zu bezeichnen. Das ist quasi eine Abwertung oder eine Tabuisierung von etwas. Aber warum macht er das? Warum kommt der Mensch auf die Idee, etwas als absolut böse zu bezeichnen? Ich würde sagen, der macht das dann, wenn er andere erziehen möchte, in eine bestimmte Richtung manipulieren möchte. Um anderen beizubringen, was sie tun sollen, was quasi gut ist und was sie nicht tun sollen, was quasi generell böse ist. Damit sie das lassen und Angst davor haben, dass das böse ist. Und das verrückte daran ist ja, dass die Moral der Menschen sich immer wieder verändert. Und je nachdem, wo man ist, in welcher Kultur und in welcher Epoche, ist das einfach anders. Das heißt, das ist einfach reine Willkür am Ende. Weil, guck mal, was vor 100 Jahren irgendwie moralisch noch total verwerflich war oder wofür man vor 400 Jahren noch gefoltert und verbrannt wurde, lebendig, ist heute kein Problem mehr. Das ist schon krass. Daher siehst du, dass das, was böse ist, willkürlich festgesetzt wird von Menschen, die andere Menschen erziehen wollen. Und zwar in ihrem Sinne, wie es ihnen dient. Die, die Macht haben, sagen, das ist böse, ihr dürft das nicht tun, sonst gibt es Bestrafe oder da müsst ihr Angst haben, weil sonst was Schlimmes passiert. Eine Androhung von Strafe. Okay, böse. Das ist böse. Das ist also was Menschengemachtes. Was sind Geister? Ja, ist ja auch so ein ganz schwammiger Begriff. Geist. Da kann man vieles drunter verstehen. Aber so eine gute Definition finde ich, Geister sind intelligente Wesen, die keinen Körper haben, keinen materiellen Körper haben, also nur rein geistig da sind. Das sind vor allem, sind das verstorbene Menschen und verstorbene Tiere. Das sind Naturgeister. Und das sind Besucher aus anderen Welten beziehungsweise Dimensionen. Und außerdem werden gern so Energien, die wirken und nicht verstanden werden, die aber was auslösen, wo keiner sich erklären kann, auch als Geister quasi fehlinterpretiert. Und dann gibt es noch die Geister von Menschen, also die Geister, die sozusagen in den Menschenkörpern drin leben. Jetzt setzen wir das zusammen. Was genau sind dann jetzt böse Geister? Ja, was ist das? Im Grunde ist jeder Geist böse, der von Menschen als böse eingestuft wurde. Da haben wir ja schon geklärt. Das ist eigentlich Willkür. Ja, und deshalb ist auch der Geist, der von irgendeinem Menschen als böse eingestuft wurde, nicht per se böse. Ja, du merkst, das Thema ist einfach Philosophie. Und das kann man so sehen, kann so sehen. Und der eine nutzt das, um andere zu manipulieren, der andere nutzt das, um zu befreien, Bewusstsein zu schaffen. Also könnte man folgende Phänomene als böse Geister bezeichnen. Und ob sie das wirklich sind, das muss jeder selber beurteilen. Aber hier sind im Prinzip die Dinge, die man als böse Geister bezeichnen kann. Achtung, los geht's. Verstorbene Menschen, also die keinen Körper mehr haben, aber trotzdem noch da sind, die verwirrt sind, die sich vielleicht verirrt haben und auch teilweise auf blöde Ideen kommen, dass sie in Häusern rumspuken oder in das Energiesystem von Lebenden reinsitzen oder irgendwo im Wald rumstehen und Molte erschrecken. Und sich einfach irgendwie bei den Lebenden bemerkbar machen. Die Lebenden, die haben dann Angst davor, weil die können nicht damit umgehen, die können das nicht kontrollieren. Da ist was, was irgendwie ihnen Angst macht, also sagen sie, da ist ein böser Geist. Aber vielleicht ist es einfach nur ein verirrter, verwirrter Verstorbener, der mit seiner Situation nicht klarkommt und irgendwie probiert, die Lebenden zu kontaktieren und sagen, hilf mir, ja, und der, der Angst hat, der sagt, oh, böser Geist. Dann, was man noch als bösen Geist bezeichnen kann, missverstandene Naturgeister. Das ist so. Naturgeister machen sich gern bei Menschen deutlich bemerkbar, wenn die Menschen zu viel Schaden anrichten oder in der Natur einfach zu viel Durcheinander anrichten. Und die haben natürlich gemerkt, worauf der Mensch am meisten reagiert, wie man den wach kriegt, wie man den bewegt, dass er abhaut, wenn man seinen Sympathikus aktiviert, also einen Teil des Nervensystems. Weil dann wird er wach, dann nimmt er gut wahr, dann will er in der Regel das Weite suchen, weil er Angst bekommt, weil er merkt, oh, hier ist was, fühlt sich komisch an, schnell weg hier. Ja, deswegen machen die gern auch was, was die Angst vor Menschen triggert. Und dann sagen die Menschen natürlich, ja, da im Wald, als wir grillen wollten, Feuerchen machen, da haben wir uns so beobachtet gefühlt, das war so ganz komisch. Ja, und dann haben wir alle Angst bekommen und wir wussten nicht warum, ja, und dann haben wir noch so komische Geräusche gehört und dann kam so ein Wind und der war eiskalt und so und da war ein böser Geist. Ja, der Naturgeist, der hatte vielleicht einfach keine Lust auf Menschen, die da direkt vor seinem Zuhause dann Feuer machen und irgendwas kaputt machen. Ja, die hätten ja einfach ein paar Meter weiter rechts das machen können, da wäre alles gut gewesen. Hat ja keiner gefragt. Ja, okay, also alles, wovor man Angst hat und nicht greifbar ist oder nicht versteht, ja, da wird gerne böser Geist dazu gesagt, wenn man das so, ja, religiös oder so mythologisch ausdrückt oder so, ja, so esoterisch. Dann sagen wir mal ein böser Geist, ja, aus Unwissenheit. Im traditionellen Schamanismus bezeichnet man auch Ursachen von Krankheiten als bösen Geist, ja, oder irgendwas so in die Richtung. Da ist ein böser Geist drin, ja. Das ist aber nicht ein böser Geist, wie man das im Fernsehen sieht, im Film oder so, sondern es ist einfach ein Symbol für eine alte Energie, für eine Disharmonie, für einen inneren Konflikt im Geist des Menschen oder auch aus dem Unwissen heraus ein Virus, ein Gift, ein Bakterium, ja, da passiert was, ja, der traditionelle Schamane hat keine Ahnung von Bakterien, nach der Welt lebt er nicht und dann sagt er, also ein böser Geist, der muss da raus, ja. Und dann wird durch Medizin und diesen das, der böse Geist quasi, da rausgeholt, ja, oder besänftigt oder wie auch immer, ne. Bei uns, wo Menschen halt recht religiös geprägt sind, haben wir natürlich auch die Angst vor so einem Teufel mit so einem Dämonenscharen und sowas. Und das ist einfach Mythologie, ne, das ist, ähm, und das ist halt auch einfach, ja, jahrhundertelang ein moralisches Werkzeug gewesen, um Menschen zu erziehen. Ne, ne, damit kann man Menschen Angst machen und dann kann man sie gut manipulieren und das kennst du ja. Und dann gibt es natürlich so diverse Filme, ja, und Serien und sowas, wo das so aufgegriffen wird, ne, weil natürlich das die Menschen anspricht, ja, weil, ah, das ist spannend und so, es gibt einen guten und bösen und so und der archetypische Kampf und so und da werden dann solche Ideen, solche Mythologien und solche Geschichten untermauert, ne. Oft in Filmen, wenn es irgendwie ein übernatürliches Monster oder irgendeinen bösen Geist oder sowas gibt, ist der mit dem Kreuz in der Hand der Held, der das Böse bekämpft, ne. Das ist so diese, diese Geschichte, die da ganz oft erzählt wird. Und wenn man das jetzt in unzähligen vielen Filmen immer wieder und immer wieder gezeigt bekommt, dann fangen die Menschen an natürlich sowas zu glauben, ne, weil es sich aus dem Unbewussten festsetzt. Machen wir so ein kleines Fazit. Ich denke, am Ende ist die Angst das, worum es geht und nicht irgendein böser Geist. Ne, spielt gar keine Rolle, ob jetzt da, da was ist oder nicht. Die Angst ist das Thema und, und, und. Dann geht es auch darum, sich bewusst zu machen, was Sache ist. Das Unbekannte ins Bewusstsein bringen, ja. Weil alles, was man sich bewusst gemacht hat, verliert an Schrecken. Weil dann kann man anfangen, damit umzugehen. Man weiß dann, womit man es zu tun hat. Ne, und das muss man halt lernen in diesem Bereich. Dann geht es auch darum, eigenverantwortlich zu handeln und nicht die Schuld woanders zu suchen. Zum Beispiel bei einem bösen Geist eben, ja, der böse Geist hat diesen Schuld, dass es mir schlecht geht. Ne, 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 ne. Du hast dich in die Situation gebracht, ne. Ganz oft kommen Leute in Sitzungen, die sagen, ich bin verflucht, böser Geist, böser Geist. Hier und da. Es ist in der Regel das nicht, ja. Das ist, weil derjenige entsprechend lebt, wie er lebt, ja. Und ich denke, es geht darum, zu entscheiden einfach, in was für einer Welt man leben möchte. Das hängt natürlich zusammen mit dem Glauben. Man muss so lange an bösen Geist oder nicht glauben, bis man echte Erfahrungen in dem Bereich gesammelt hat. Und bis dahin, ja, kann man entweder an eine unsichtbare Welt glauben, die ganz, ganz böse ist, oder man glaubt an eine Welt, die einfach Natur ist und einem irgendeinem höheren Plan folgt. Oder man bemüht sich einfach, ein liebevoller Mensch zu sein. Böse Geister per se gibt es nicht. Denn was böse ist, liegt im Auge des moralischen Betrachters. Und nur weil man was nicht kennt oder nicht versteht oder es andersartig und ungewöhnlich ist und man deshalb Angst davor hat, es ist nicht automatisch böse. Teile sehr gerne dieses Video mit vielen anderen Menschen. Danke dir.